Hallo Leute, unsere nächste Reise steht an. Wir fliegen auf die Philippinen und wir nehmen euch natürlich mit. Wir starten von Frankfurt aus, über Doha, nach Manila und dann nach Puerto Prinzessa. Mittlerweile sind wir auch schon angekommen in Doha. Der Flughafen, genial. Also ich habe noch nie einen schöneren Flughafen gesehen. Aber seht selbst. Ich mach mich jetzt an. Ich habe den Hügel ebenso ein, bis ich nicht duruche, also bis ich mich auf die Philippinen und habe noch nie zu schnauert. Ich mache dir nicht. Nein, ich mache jetzt die Köln für die Ahl-Amonat. Die Dach. Angekommen in Manila, wo wir erst eine halbe Stadtrundfahrt machen mussten, um zum anderen Terminal zu gelangen. Wir sind endlich angekommen nach ca. 27 Stunden. Wir sind am ersten Ziel angekommen. Angekommen in Manila, wo wir erst eine halbe Stadtrund haben. Angekommen in Manila, wo wir erst eine halbe Stadtrund haben. So Leute, was geht ab? Wir sind in Fort Bachen und wir nehmen uns heute noch einschalten. Let's go! Wir sind angekommen. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und deswegen gönnen wir uns noch Hunger. Hier haben wir ein Chicken Sandwich und ein Zindquart. Wir sind fertig mit Frühstücken. Ich kann euch den Laden wärmstens empfehlen. Gutes Essen, gute Preise. Kommt vorbei und gönnt euch. So, wir fahren jetzt zum Strand. Vorher fahren wir aber noch nach Hause, Sachen holen und dann geht's los. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Heute fahren wir zum Coconut & White Beach. Was haben wir gemacht? 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 2 Stunden später So Leute, wir sind hier am White Beach Wir sind schon ein paar Stunden hier Wir haben schon ein bisschen gechillt, ein bisschen geschwommen Und jetzt können wir uns noch ein bisschen im Sonnenuntergang werden Purchase your tracks today What have we done? 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 Für uns geht es jetzt weiter nach El Nido Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke Wir sehen uns im nächsten Video